Was geht Leute? Mein Name mal unter Danny! Willkommen back bei... Schaltjob Live! Mit... Wie viel Rüstung hast du? Bist du ein Lappen, Alter? Was? Bist du ein Lappen? Ich hab Rüstung geskillt! Digga, wie viel? Was? Du hast Tank geskillt und so weiter! Du hast viel mehr geskillt als ich! Uh, wie? Einmal zwei! Du hast Tank geskillt! Du kannst dich bewegen! Wie scheiße! Ich kann mich nicht mal bewegen! Ey Leute, ich schau euch mal seine Rüstung an! Wie soll ich bitte gewinnen? Warte, warte, warte! Du kannst mir sagen, was du willst, aber du hast fast das Doppelte an Skillpunkten! Ja gut, dann mach... Du hast fast das Doppelte geskillt! Ja, trotzdem hab ich mit Absicht nicht Schilds! Ach du, ich war dran? Ja! Das war nicht... Ich hab einfach gedrückt! Hä? Ich hab einfach versichtlich auf Leerzeichen gedrückt! Das war nicht mal gezielt! Okay, krass! Wie geil ist das denn? Ach du Kacke! Ich hab nicht mal gezielt! Das ist was Tolles! Lalalala! Halt die Fresse! Warte! Sag voll an dem! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Jetzt hypest du dich ab, ne? Ey, ich hasse dich so, Alter! Oh, scheiße, das war falsch! Okay, warte! Oh, ich hasse dich so! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh nein! So, jetzt gucken wir, ob der Scheiß trifft! Er muss dich treffen, aber er kann treffen! Mach! Okay, please hinter dich! Oh nein! Oh nein! Oh, das war echt schlecht, Alter! Das war echt richtig scheiße schlecht, Digga! Ja, okay! Du willst mir direkt in die Fresse schießen? Ja, schon! Wie, kann ich nicht? Na, und? Ja, aber wieso kann ich dann nicht? Weil du mir nicht direkt in die Fresse schießen kannst! Du musst erstmal über den Himmel schießen, mein Freund! Ja, ich treff dich aber hundertprozentig! Ja, das kann sein! Ja! Aber meine Rüstung hat's nicht gejuckt! Ah, ja! Aber dafür logge ich euch die Portale! Du hast Double Damage dort! Wow! Ja, wie soll ich denn das erwischen? Ja, stimmt! Du hast eigentlich keine Chance! Sehr schlecht! Ich hab zwar einen Back-Roller, aber... Ja, was hast du vor? Ich will es sehen! Nimm mal ehrlich! Diese Teile sind echt extrem im Weg! Okay! Wir haben echt nicht... Einer! Zwei! Zwei Stück! Oh shit! Was? Ich wurde gezoffen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ey, ich denke mal ganz ehrlich, wenn die alle auf einem Platz treffen! Brontal, ne? Ja! Machen die extrem viel Schaden, diese Mieter? Ja, natürlich! Naja, die machen nicht so viel Schaden! Naja, geht's aber... Ich denke, die machen wirklich extrem viel Schaden! Ey! What the fuck! Ich hab'n Problem! Ich hab'n großes Problem! Oh nein! Wir dürfen die nicht unterschätzen! Ohne Spaß! Dürfen wir auch nicht! Nein, aber ich find' die nicht so gut! Ey, ist das der Ernst? Ich glaub' die... Ja, ich hab' jetzt mal nicht erlaubt einen, aber guck' dir das mal an! Wow! Guck' dir das mal an! Und davon haben nicht mehr viele getroffen! Ja, bei deiner Rüstung, Alter! Die machen extrem viel Schaden, die Mieter! Bei deiner scheiß Rüstung, Alter! Ja, bei deinem Tank, bei deinem... Ja, bei deinem Gesicht! Bei deiner Mutter! Bei deiner scheißverdammten Mutter! Hat deine Mutter gesagt? Hat er die Swank nicht getroffen? Had' er die Swank nicht getan? Komm schon! Mooooaaaann! Ich hab' das Gefühl'n, du wirst' gewinnen! Ich kann nichts machen gegen diese Rüstung! So, ey, natürlich! Ey, das ist so kacke! Jetzt? Es ist okay, weil es ein Art Challenge ist. find' ich gut, dass du das gemacht hast! Ah, ah, ok! AUCH MEINGOTT! Das mache'n alle 3 Chicken Wings? Dann ist es nicht zu einfach! Jetzt schiebst' es auf die Rüstung, aber immer hattest' die mehr Skillpunkte... Ne, ne, ne... Ne, ne! Hatte's buk'n. Ähm, äh, nee. Ähh, ja! Das Witzige ist, wir treffen wirklich keine Waffen. Richtig gut. Ja, weil dieser scheiß Berg hinter uns ist. Oh mein Gott. Vor uns weißt du, oder? Ja, vor uns. Ach so, ja. Oh mein Gott. Und ich hab wirklich nur Kackwaffen. Ich hab auch nur Kackwaffen. Das ist wirklich hart. Ja, es ist, oh, wie hart. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Guck mal, ich geh nur da einen runter. Das ist nicht trotzdem. Ich find das Bild von dem weiter. Von der Waffe, die ich eingesetzt habe, ne? Ja. Diese Schussbohren sind aus wie dritten. Ja. Oh, das Ding macht 40 Schaden. Oh mein, ja, hat mich gewohnt. Aber das fliegt komisch. Das Ding ist, sollte ich jetzt vielleicht auf meiner Spur bleiben, weil du hast mich jetzt ein bisschen mehr in den Boden reingeschossen. Ja. Aber ich denke mal, nee. Das kannst du selber entscheiden. Ich denke mal, nee. Ich bin... Ach so, ich... Bei mir läuft... Oh, nein, nein, nein. Oh, schade, ey. Das wäre so geil. Ich wäre so angepisst gewesen. Ja, glaube ich dir, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ey, wir stehen hier die ganze Zeit, aber treffen wir uns nicht. Oh, Bounty, what the fuck? Aber wieso hast du jetzt ein Bounty? Ich kapiere das nicht. Ja, weil ich besser bin. Ey, 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 ey. Aber das Gute ist, wenn du Lüstung hast, weißt du, was passiert? Weil du tut es mich ja nach Ewigkeit nicht, ne? Und wenn du Lüstung hast... Boom! Autsch! Irgendwie habe ich... Was war das für ein Treffer? Das war heftig. Das war von Gravis heißt das Ding. Ja. Da war ich viel Treffer. Heftig, Alter. Ach du Kacke! Was denn? Was denn? Was denn? Aber nein, ich kann das ja gar nicht. Oh, scheiße. Oh shit, okay. Oh, gut. Ich kann nichts einsetzen. Ich habe nur Kackwaffen. Wirklich? Ich auch, ich auch, ich auch. Oh man, what's going on? Ich finde sogar, der Kaktus kann gut Schaden machen. Der Kaktus kann gut Schaden machen. Er muss sehr gut treffen. Sehr gut. Der Kack muss jetzt nicht treffen. Weißt du, was wir bekommen? Wir bekommen gleich neue Waffen. Autsch! Er hat getroffen. Er hat getroffen. Oh yes. Der Tunnel hat getroffen. Oh nein, oh nein. Yes. Nein, der kriegst doch nicht fair. Yes. Aber ich sehe deine Rüstung gar nicht. Du hast doch gar keine Rüstung bekommen. Doch. Bei mir hast du keine Rüstung. Nicht? Bei mir steht da 0 von 80. Ja, allgemein irgendwie läuft es gerade nicht so ganz. Bäm. Komm schon. Wieso steht da 0 von 80? Einer, 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 einer. Ist das dein Ernst? Nein, ich kapiere das jetzt ehrlich gesagt wirklich. Jetzt hast du Rüstung. Jetzt habe ich Rüstung. Nice. Das war wirklich... Ich habe auch Rüstung. Ich gehe jetzt die andere links holen, by the way. Die man so holen muss, ne? Okay. Ja. In zwei Runden habe ich sie. Wollte ich dir nur sagen, ne? Ich so, deswegen. Das ist gar kein... Oh, scheiße. Das ist gar kein so großer Nachteil. Mann. Weil du hast einen riesen fetten Tank. So was könnte ich niemals holen. Ja, stimmt. Willst du dich jetzt wirklich holen, ist die Frage. Ja, schon eigentlich. Aber erst mal setze ich das ein. Oh, das hat... Wow, das hat... Naja, ist eine Babywaffe, ne? Oh, what the... Oh, na, jetzt genau, wo du dran bist, ne? Jetzt genau, wo... Oh, ich habe keine guten Waffen. Ja, bei mir reicht es für die eine, auf jeden Fall. Echt? Oh, war klar, du scheiße, Mensch, Alter. Boom. 50 Schaden. Bitch. Oh, mein Gott. Okay, 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 cool. Das ist nicht dein Ernst, oder? Äh, das... Hä, kannst... Du kannst auch noch weiter nach hinten fahren, oder? Äh, warte, ich... Ich versuch... Nein, kann ich nicht. Hä, ich... Du hast viel mehr? Du hast doch... Ja, das war's. So viel ist das nicht. Okay, aber das wundert mich gerade ein bisschen. Ja, das wäre okay, wenn es zu viel wäre. Ja. Okay, ich probiere es, was soll's. Was soll's? Du kommst mir eben scheiß Berg hoch. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, bitte tre... Oh, oh, das war knapp. Aber es war gut. Oh, ich bin zu fliehen eigentlich. Ich kann da hochfahren. Aber das Ding ist, wenn ich oben fahre, dann hast du meine Route. Sicher, dass du hochfahren kannst? Sicher bin ich mir nicht. Ich probiere es einfach mal. Okay, es klappt nicht. Doch. Aber ich will da nicht wovon. Oh, wie... Oh, shit. Du hast Double Damage. Es könnte mein Ende sein. Das könnte mein Ende sein, Bro. Es könnte. Es muss nicht dein Ende sein. Okay, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich immer gehasst habe. Schon immer. Okay. Und dass du einer der schlechtesten Menschen bist, die es gibt. Okay. Bevor ich sterbe. Und das... Dann habe ich auch nochmal ein Geständnis vor dir. Okay, okay. Ich habe mit meiner Mutter geschlafen. Dann hoffen wir, dass ihr das nicht sieht. Dann hoffen wir, dass ihr das nicht sieht. Ich hoffe, dass ihr das nicht sieht. Ich hoffe, dass ihr das nicht sieht. Ich hoffe, dass bei jedem Video... Oh, fuck. Okay, mit's trefft, trefft noch, trefft noch. Oh mein Gott, nein. Nein, es hat nicht getroffen. Nein, nein, nein. Es hat nicht getroffen. Oh mein Gott. Was ist eine Eruption? Eruption. Das Problem ist allerdings... Es hat irgendwas mit der Erde zu tun. Das Problem ist allerdings, es bringt mir nichts, weil... Ich sehe es schon mal? Ich sehe es das? Ich habe es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist die Eruption. Oh. Oh, ich glaube, das hätte sogar... Das ist Level 3, glaube ich, oder? Ja, das ist... Es ist Level 2. Okay, das ist dann nicht die Planung. Also, es war nicht wirklich gut, nee. Aber ich kann halt... Ich glaube schon, dass es gut sein könnte. Ich kann halt nichts machen, so wirklich, muss ich sagen. Das ist mein Problem gerade. Was hast du vor? Ja, ich muss erst mal gucken. Ich muss noch so viel Leben. Oh mein Gott, du hast so viel Leben. Das ist eine spannende Runde, muss ich aber sagen. Boom. Oh nein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut trifft. Okay. Hätte ich jetzt noch eine Death Waste. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ey, du musst mich jetzt töten. Ich habe ein Erdbeben fällt mir gerade auf. Oh, okay. Okay. Ja, okay. Das war es eigentlich. Oder habe ich Items? Bitte, ich habe Items. Okay. Das war ich. Ja, Mann. Du hast ganz viele mehr Skill-Punkte als ich. Ne, ne, ne. Du hast ganz viel mehr Skill-Punkte als ich. Genau, weißt du was? Ich werde gegen dich gewinnen mit Lüsten, ist mir egal. Kann ich irgendwas upgraden? Ich kann nichts upgraden. Scheiße. Okay, egal mit nichts und der let's go Okay, weißt du ja es ist ein ja Zähl, Mann, sag doch einfach, was du sagen willst Du deinen Satz noch zuerst Weiiiicht Ich wollte gerade noch Falsches sagen Okay, sag, sag Dann habe ich da gedacht, du schneidest nicht und dann nein Nein, nein, nein Okay Mach Ich muss jetzt immer aufpassen, was ich sage Ich habe noch ein Geständnis an dich Ich werde, nein, nein, warte kurz Ich habe noch ein Geständnis an dich Okay, erzähl Okay, jedes Mal, wenn wir Wies zusammen aufnehmen Dann denke ich an deine Mutter Mama Mama Okay Ah Nein Oh mein Gott Ich habe kaum Leben mehr Machst du Oh mein Gott Siehst du, das meine ich Und jetzt treffe ich dich mal wahrscheinlich Zum Glück habe ich es riskiert Ich habe, ich habe dann gedacht Soll ich es riskieren, jetzt wirklich meine beste Waffe rauszuhauen mit Double Damage Oder soll ich es nicht riskieren Oh, zum Glück habe ich es riskiert Ja, das hast du echt gut gemacht Mhm Also das wird für mich auf jeden Fall nicht so einfach sein, das einzuholen Oh, das war aber ein guter Treffer Oh, guck mal wie langsam mein Team Was denn, was denn? Das war es schon, ich kann nicht weiterfahren Oh, scheiße Oh, was habe ich denn? Habe ich... Oh, oh, oh Was ist mit der Waffe? Oh ja, ich hoffe du hast keine guten Waffen Äh Uh Ich weiß ja nicht, ob das treffen wird Ich denke... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht Es wird... Oh mein Gott Was wird denn? Was, 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 was? Oh nein Diese Waffe trifft eigentlich immer Die ist ja voll amok gelaufen Die ist ja voll amok gelaufen Oh, scheiße Oh, scheiße Ich weiß nicht, was ich machen soll Weißt du, wohin du fährst? Du fährst aus meiner Route raus, danach wieder in meine Route rein Halt deine Schnauze, Alter Was ist dein scheiß Problem, hä? Was ist dein Problem? Ich habe halt keine Ahnung, was ich tun soll Hm Ich weiß nicht, was ich machen soll Wirklich gar nicht Ich habe eine Waffe, die kann nicht ermorden Aber ich habe zu viel... Du hast zu viel Rüstung, ich kann nichts machen gegen dich Das ist... Ich weiß, das kriegt zwar für dich nicht viel, aber Was bringt mir das schnelle Bewegen hier auf der Map? Hä? Wir können auch die Map ändern Na, ist doch egal Das darum geht... Okay, egal Du hast mehrs gegen Punkt als ich Und dann... Ja, sehr leise Keiner mag dich Ähm, okay Ich werde die Waffe einsetzen Oh, ich muss jetzt gut koordinieren Das wird nicht so einfach sein Was ist das? Ne, ich habe keine Ahnung Das Ding ist, es könnte dich selbst treffen Weil, okay Äh... Autsch! Oh, das war ja voll der Regen Moment mal What? Ich habe keine Ahnung, was... Oh! Ich komme hier nicht mehr hoch Ja, okay, aber du hast eigentlich gewonnen, oder? Also ich habe kaum Leben mehr Ja... Na, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein Die Rüstung ist schon weg Ja, ich habe noch eine... Ich habe noch etwas, was... Und das Ding ist, du triffst... Okay Okay Hey! Weißt du, was ich für eine Waffe hatte? Weißt du, was ich für eine Waffe hatte? Was hast du für eine Waffe? Ich habe Smart Snipe Level 3 Sniper Oh mein Gott, die wollte ich eigentlich auch mal sehen Ja... Aber du hast so viel Rüstung, dass es eh nichts gebracht hätte Ich wollte trotzdem mal sehen Ja, ich... Ich will gar nicht drum heulen, okay Ich könnte übrigens... Ähm... Meine... Meine Skills resetten, ne? Dann mach's doch Nein, ich... Ich muss so gegen dich gewinnen Dann zeigt es mir wirklich, dass ich ein besserer Spieler bin als du Weil ich weiß, dass ich besser bin Aber ich muss... Nein, warte, 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 warte Oh, wir wollten die Map wechseln Ah, ja... Oh, egal Oh... Hm... Okay... Such dir lieber eine beste Position aus, Bro Okay Was? Das war mein Tank Hast du... Ich sage... Ich dachte, jetzt bewegst du dich, ne? Hä? Ich dachte, jetzt bewegst du dich, ne? Ja... Um deine Position zu ändern Und dann bewegst du dein Rohr einfach nur so richtig Ja, okay... Ich hab erst mal auch den Tasten verwechselt Ja... Man... Ähm... Don't play me... Don't do that Oh, man... Huh... Jetzt kommt die Sache... Aber ja... Oh, warte, warte, warte... Bäm... Oh, oh... Haben die Double Damage? Ey, wenigstens Rüstung weg 140 Schaden 140 Schaden 160 Schaden Theoretisch hab ich ja auch nur 50 Rüstungen mehr als du Äh... Jetzt kommt die Ausrede Ja, und dafür hast du den Extrem Speed Ich hab nur 50 Rüstungen mehr als du Und du hast den Extrem... Und du hast den Extrem Speed Und den Extrem Mobil Tut mir leid, aber... Ich hab mich nicht bewegt Es hat doch jetzt ganz erst begonnen Tut mir leid, ich seh es auch nicht als Nachteil Äh... Okay... Das mach... Das mach... Oh shit Ja, ich hoffe der Tritt... Ich... Aber... Lol Aber... Wow, die Route war gut Ja, find ich auch voll... Oh nein! 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 Nein, Michael Jackson, nein! Oh, ich bin tot Ich bin tot Ja, du hast echt recht Die Route war richtig gut Oh mein Gott Vielen Dank Ja Soll ich mal raus aus meiner Route fahren? Ja Oh... Oh... Oh man, das ist echt witzig, Alter So, warte, warte, warte Okay, wie kann ich dich demütigen? Ähm... Hm... Mit deinem Gesicht? Ne, ich überlege, wie ich dich demütigen kann Achso Oh... Oh... Hä? Oh... Ich hab gehofft, dass so ne pinke Wand ist Hm... Wie kann ich... Ich will dich demütigen Ich will dich echt demütigen Okay, demütige mich, meinst du? Okay... Ja, okay... Legt mir ne Halskette an Ich... ich glaube, ich kacke einfach auf dich Ja, ich kacke auf dich Oder ist das kacke? Ne, ist nicht kacke Carpetbomb Keine Ahnung, was es sein soll Ich hab keine Ahnung Oh, 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 oh Und? Ist das wie ein... Booooooom Aber das Ding sah geil aus Das war nice Aber hätte ihr das auch viel Schaden gemacht? Ich finde nicht, oder? Das hätte... doch Doch, doch Ich denke schon, dass... Du hattest ja nur noch 17 Leben oder so, oder? Aber es hätten nicht viele davon getroffen Ne, hätten auch nicht Aber es hat nicht getötet Und das ist das, was... Ja, aber ich weiß nicht Oh, warte, warte, nicht ready drücken Nicht ready drücken Nicht ready drücken Nicht ready drücken Alter, das letzte Spiel wurdest du misshandelt Aber das war auch so viel Glück Weil Double Damage und... Und dann noch die Flüsse Welche willst du haben? Nimm einfach irgendwas Ist egal Drück ich random Okay, random ist gut Sehr gute Entscheidung Mhm Ich hoffe, das wird eine Synchronemap Das sind die Besten Ja, finde ich auch Aber nein Oh shit, du hast die bessere Position Ich finde, wir haben beide Aids Position Ja, aber du hast mehr Aids Hä? Nein, ich finde, du hast die bessere Position Ich finde, du hast die viel bessere Position Guck mal, guck mal, guck mal Du musst es logisch sehen Ich bin in einem scheiß Graben drin Ja Hinter mir könnte eine pinke Wand sein Ja, aber hinter mir auch Hä? Hinter mir auch Ja, aber bei dir kann die Waffe trotzdem vorne noch runterrollen Bei mir nicht Okay, kannst du einfach spielen? Sorry Sorry Eigentlich voll geil, dass die da eine pinke Wand hingetan haben Muss ich sagen Wohin? An die Wand Ganz außen an die Map Hast du, dass da manchmal eine ist? Ja, voll geil eigentlich Warte, das ist die falsche Waffe Ich brauche irgendeine scheiß Waffe Oh Eine Waffe, die mich nicht so interessiert Ich habe gute Waffen Die hätte mich nicht so interessiert Ich möchte nur die rote sehen Wow, ich habe echt geile Waffen Voll am Arsch die rote Oh nein Was denn? Nein, 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 nein Ach Digga, denkst du, ich treffe das sofort, oder was? Es kann ja sein Nein, ich mache einfach irgendwas, mir doch egal Oh, ist das wieder die Kettensäge? Eigentlich diese Kettensäge geht über die komplette Map Nein, 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 die geht nicht in eine Nein, nein, das war OP Da kann ich einfach unter mich schießen Wie dumm wär das da bitte Sehr dumm? Ja, recht radikal dumm Ok, mach Ok, die Waffen, das fickt mich auch nicht Wie sind deine Waffen so? Wie sind deine Waffen so ungefähr? Ok, ich war kacke immer die roten, aber Das Ding ist, ich kann mich hier nicht wegbewegen, was ich meine Nein Nein, meine Waffen sind nicht so gut Ähm, ich glaube ich mach so War ich schon mal zufrieden damit Ich probier's, ich probier's Was ist das? 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 Damage, Bro Das war verdammt mies Digga Jetzt probier's mit Das ist, das war, nein Ich denke nämlich, jetzt habe ich langsam deine Route Oh shit Ja, davon hat einer getroffen Einer hat's getroffen Einer, ich bin stolz auf euch, ihr Bastarde Oh leid Oh mein Gott Mega Nuke Was? 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 Das ist jetzt nicht wahr 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 Junge, das kannst du mir jetzt nicht erzählen Dass das jetzt wahr ist Niemals 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 Wow 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 Du kannst Nuke in den Titel schreiben, ohne dass es Clickbait ist Ja Und zwar Ich hatte dieses eine Video Ja Und da habe ich Als Thumbnail doch Ich weiß Ich weiß Habe ich Nuke Einen Nuke sein gemacht Und alle haben sich in den Kommentaren beschwert Wo war der Nuke? Oh mein Gott Aber jetzt Oh Oh scheiße Okay, Snylie Okay Snylie, hör zu, hör zu, hör zu Hör zu Hör zu Ja Nein, fang durch mal Okay Ich liebe deine Mutter Okay Müsste ich mir auch was sagen? Nein, darfst du nicht Ende Das war's Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Yo Oh Ich hab's überlebt Ich hab's überlebt Ich hab's überlebt Mann Ich hab's überlebt Oh komm 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 Das wird wehtun Wamm, 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 wamm Weißt du das geil wäre? Ey, ich hab voll Pech Muss ich aber sagen Oh nein, ich hab mehr Pech als du Guck dir das mal an Was über meinen scheiß Kopf ist Ja, guck mal was über... Ja, das bringt mir doch gar nichts Doch, wenn du das trittst, bringt dir das was Nein, wirklich nicht Das ist kacke Na klar bringt dir das wenn du trittst Oh Oh What Weidefressen Oh Oh Genau über mir, genau über meine Route Aber in deiner auch, scheiße Ja, das ist das Ding Oh man Du solltest dich nie zu früh freuen, mein Freund Ja, du hast recht, das recht Aber ich hab keine gute Waffe, um ehrlich zu sein Gar nicht Nein, wirklich nicht Ja, mach, mach Ich muss jetzt wirklich eine Waffe nehmen Vielleicht gibt's dir ja auch eine Mega Nuke Denk ich nicht, aber Das wär so lustig, Alter Stell dir mal vor Das wär cool, aber ich denke eher nicht Nee, denke ich auch nicht Hast du dir gar nicht verdient Einmal Teil, das Ding wird nicht treffen Aber ich wird Doch, es hat einfach getroffen Ja gut Rampage Builder Okay, mal weiter Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh mein Gott Oh nein Das sah aus wie teurer Kingschaden Aber nur der Bogen Ey gut, das ist gut Hä? Das ist gut Alter, ich Es hat mich leider nicht ganz getroffen Das pisst mich ein bisschen an Ich hab von mir Wat, was, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was, was war das? Sieht aber geil aus Ich dachte das wäre was anderes gewesen Eigentlich ist ja egal was es war, das sah schon geil aus, muss ich sagen Das sah, das sah hammer aus Das sah richtig geil aus, wie es durch den Boden gegangen ist Ey, in der Runde haben wir echt gute Waffe Ich bin zwar tot, aber ganz ehrlich Ich bin stolz auf den Boden Weil der Tod war geiler Ich hab ne scheiß Atomwommen Das war ne geile Runde, Jo Das war ne echt geile Runde Ich würde sagen, letzte Runde entscheidet Okay, letzte Runde entscheidet Ja, letzte Runde entscheidet Also warte mal ganz kurz Es steht 2-2, oder? Es steht 2-2, ja, deswegen Deswegen Synchronem App nehmen wir, oder nicht? Nimm der Random App, ist egal Wir lassen das Ganze dem Zufall überlassen Okay, ich sag dir nur eine Sache Okay, ich wünsche dir viel Glück Okay Ich hoffe du wirst verlieren Ich hasse dich Warte, ich muss schnell die Waffen anschauen Oh, die Waffen gefallen mir, Baby Wuuu Oh, ich hasse es, wenn man so nah am Berg ist Wuuu Du wirst mich niemals in deinem Leben treffen Außer vielleicht mal der Deathweight Ach, was für... Das machst du nur, damit du meine Route bekommst Wow Es kommt auf mich Das war... Du kannst jetzt nicht sagen, dass das scheiße war Nee, war ganz gut sogar Und deine Route ist... Oh, du kannst einfach durchfahren Okay, Motherfucker Ja, natürlich Natürlich kann ich das... Aber es ist schlau dich direkt vor mir zu platzieren Weil ich kann nicht aggressiv auf dich reagieren Könntest du das? Ja, ich könnte Ich muss nicht, aber ich könnte, bitch Könntest du das wirklich? Nein, kann ich nicht Oh, schade Bam Boom Oh, es geht gar nicht tiefer, scheiße Doch, dein Niveau ist super Yes Das kann ich, glaube ich, treffen Nein, kannst du nicht Ich glaube wirklich, ich kann das treffen Nein, kannst du nicht Das ist jetzt eine kleine Challenge Aber ich glaube wirklich... Ja Au Ich kann das treffen Nein Ach du scheiße 40 Schaden So kann man es auch umgehen Ach du scheiße Ja, ich muss es probieren EIN War das ein Sniper? Ja Hast du gerade einen Sniper gewastet? Ja Ich frage mich... Okay Ja Müsste das Feuer noch richtig gut landen können, oder? Ich denke nicht, dass ich das noch gewinnen kann Weißt du, wieso ich nicht denke, dass ich das noch gewinnen kann? Warum denn denkst du, dass du das nicht gewinnen kannst? 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 Okay, das muss ich probieren Okay, probier's Das muss ich probieren Oh, du hast Double Damage Du willst nur einen ganz leichten Schlag machen, dass... Oh mein Gott Ja Das ist echt dreckig von dir Ich weiß Soll ich ehrlich sagen? Das ist echt dreckig von dir Das ist richtig dreckig Aber weißt du was? Nein Nein, ich weiß gar nichts Du hast es dir echt verdient Was habe ich mir... Dicks habe ich mir verdient Doch, doch Das tue ich nur für dich Oh du... Oh mein Gott, nein Oh shit Meine arme Rüstung Meine arme scheiß Rüstung Also es macht auf jeden Fall Damage, aber... Ich bin nicht zufrieden leider Mhhh, was soll ich denn tun? Ey, du hast weniger Leben als ich, also... Mach ruhig jetzt etwas, was mir Schaden macht Das Ding ist, ich habe wirklich komplette Scheiße Ja, ich auch Naja, geht so Ich bin komplett nicht zufrieden mit den Waffen Ja, die Waffen mit dir auch nicht Hahaha Das ist ein Loser bist du Na Spaß Die sind so mit mir zufrieden, das glaubst du gar nicht eigentlich Oh, ich weiß was ich nehme als nächstes Okay, wo ist Yang? Wo ist Yang die Schlampe? Okay, Yang hat die Schlampe verlassen Das war Ying und Yang und Yang war nicht da Ich nehme das, ich nehme das Ist mir sowas von egal Bounceball kann ich eigentlich dafür verwenden, weil Bounceball ist eh scheiße Suicide Bomber Ja, hört sich gut an What the fuck Du wohnst nicht in einem Hochhaus, oder? Suicide Bomber Was ist das? Was ist das? Ähm, ein Suicide Bomber Ey, Digga, ich bin zugehyped wegen der Nuke, Alter, ich kann nichts mehr davon Oh man So, lade die Folge mal nicht hoch Na ja, gute Idee, Alter Gute Idee Gute Idee Ja, ich hab noch nie so ne gute Idee gehabt Oh my god Ne, das weiß ich nicht Wir haben einfach eine Nuke Äh Okay, du hast ne Nuke gehabt Aber was ist das? Ich bin stolz darauf gestorben zu sein durch ne Nuke Das kannst du nicht Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das hier 9-11 reloaded? Ach du Kacke Flieg da einfach ein Flugzeug auf dem Boden Das nennt man wirklich Suicide Bomber Ja Oh man, what the fuck BAM Okay, ist nur die Palme, ist nur die Palme Aber es hat dir einen Teil abgenommen Irgendwie war das süß, muss ich sagen Ich hab wirklich Ja Oh, das hat weh getan Das hat weh getan Ich hab wirklich keine Waffen Ich bin echt Zeit Äh Liebe grüße Stanley Ja, das ist halt so Oh my god Wow, 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 wow Das war ja richtig mies Kacke Das war ja richtig mies Das war so scheiße schlecht, Alter Oh nein Dann kriegen wir doch mal Ersatzwaffen Ich bräuchte Ersatzwaffen Unbedingt Ja Ich auch eigentlich Du brauchst auch ein Ersatzgesicht Was ist das? Oh mein gawd Oh Was ist das? Ich setz mal ein aus Spaß Oh, was ist das? Sind das nicht Moons? Nein Ist das ein Stein? Okay Der sieht ziemlich total aus Er ist so ganz kurz dazu Hey Steilie und ist weg gegangen Kann das sein dass es die Weiterentwicklung von diesem Bound Rover scheiße ist? Ja, könnte sein, weiß ich nicht Es war Das muss nicht sein, aber es Wir kriegen bald neue Items Oh nein Es geht nach unten, es hätte nach oben ge... Oh, du bist da nicht, glaub ich. Wow. 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 Hm. Verstehe. 25 Grid von nem scheiß Rain... Alter, ich hab alles bekommen, einfach mal. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Hätte ich jetzt ne gute Waffe, ne, würde ich mich so in den Popo hauen. Echt? Hauen. Oh, ich hab ne neue Waffe. Partition. Das ist echt beschissen. Meine Waffen sind so beschissen gerade. Ja, die sind echt. Ich bin so verzweifelt. Ich könnte dir frontal so mies in die Fresse hauen, aber es geht nicht. Was ist das? Wow. 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 Ist es grad Zeit für neue Waffen? Heute? Gibt's heute nur gute neue Waffen? Oh mein Gott. Ich hab echt... Ich bin echt... Oh nein. Ich bin echt am verzweifeln. Ich bin echt am verzweifeln. Jetzt kriegst du neue Waffen, oder? Nein, es gibt immer noch keine neuen Waffen. Ich hab 34 Leben. Überlebe ich die Runde noch? Okay, gut. Gibt mir neue Waffen. Gibt mir neue Waffen. Nein. Ich hab auch neue Waffen. Gib mir ne Sniper. Oh, schade. Schade. Aber weißt du, was ich für dich habe? Nein. Jetzt aber... Das wird witzig. Nein. Bist nicht. So. Okay. Der war ein bisschen verdorben. Ich hab 130 Leben, Digga. Eliminier mich lieber jetzt. Oh. Oh nein. Es geht, es geht. Es geht. 42 Jahre. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Du hast neue Waffen. Du haust mir jetzt einmal mit einem Pfeil oder mit einem Sniper in die Fresse. Ich kenn den Move. Ich kenn den Move. Okay. Bist du stolz auf dich? Ja, irgendwie schon. Ja. Wie viel dem hast du noch? 34. Mhm. Mhm. Ist echt witzig, oder? So ein bisschen ins Gesicht zu bekommen. Ja, ja, ja. Was willst du mir ins Gesicht hauen, hä? Deine! Oh, oh. Okay, okay, okay. Was willst du mir ins Gesicht hauen? Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Oh, 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 oh. Welches Item soll ich denn benutzen? Oh, oh. 88 Leben? Glaubst du eine Tri-Grenade würde es beenden? Ja. Oder könnte... Nein, Quicksand würde ich hier nicht treffen. Das ist mein Problem. Mach doch einfach. Oh, das Ding ist, das ist meine letzte Chance. Ich hab so Angst, ne? Ich hab so Angst. Das ist wirklich meine letzte Chance. Das ist meine letzte Chance jetzt, ja. Das war richtig dumm von mir, das verfehlt zu haben. Ja. Das war meine letzte Chance, ja. Siehst du meine letzte Chance dahinten? Ja, ich seh sie. Sie explodiert gerade. Sie explodiert gerade, ja. Mein Gott. Und das, was dann daneben noch explodiert ist, war meine Hoffnung. Das war eine nice letzte Chance, Bro. Nein, Mann! Nein, Mann! Nein, Mann! Nein! Nein! Siehst mich so. Ey, du wirst dich glaube ich nie eine Folge gewinnen, oder? Uuuuah! Das war aber so geil, Jum. Der Waffe geht gar nicht. Ja, du hast gesagt. Das geht gar nicht klar. Das geht nicht, nein. Sorry, das war nicht cool. Du hast gesagt, schießt mir nicht ins Maul. Und ich so, ja. Das war auch nicht cool, Mithers. Okay. Okay, das war's für die Folge. Willst du noch was sagen? Nein, das war's. Okay, vergess dich positiv zu werten. Und ich seh dich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!